hallo ganz herzlich willkommen zurück zu die service brechen aus ja wir haben etwas über den körper gelten verraten mal welche welchen fähigkeitspunkt ich bekommen habe körper ist doch klar immer noch etwas über den körper lernen was über den körper lernen wir haben klären ok meine klaren wollte ich mir eine klare wollte ich das war das mein plan wieso ich gekommen was ist ja eigentlich los ich glaube schon lernen wir mechanik ich glaube dann können wir dieses schloss auch irgendwie aufbrechen ok ich würde sagen aber das wird echt ewig dauern und deswegen spüre ich das einfach mit dem amelette vor weil ich so gemein und cool bin ich niemand hat doch zuzusehen wie ich hier 24 7 einfach mehr anklären das ist doch schwachsinn war das auch noch so 30.000 jahre wir machen mal einfach zwei punkte und gucken ob wir das schluss dann nicht öffnen können irgendwann unterlernen macht den jungen spaß ich weiß nicht vielleicht machen wir noch ein punkt mal sehen ob da noch mit macht ich glaube das geht klar ja ja doch jetzt haben wir den ganzen tag in büffeln ist ja ekelhaft wer macht dann sowas wir machen uns gleich ins höschen wir sollten nicht nach hause und uns ausruhen jetzt ja jetzt ein pc kann da können wir ein bisschen drum mit rumhängen oder so ja wir hängen mit dem pc rum genau ist genau ne wohin mit mir wenn ich was schon richtig wenn wir sehen fahren wir einfach erstmal ja und jetzt hier hoch ne oh gott oh gott das hat mir zu hause gefunden dieses kackvieh mein gott das schrecken meines lebens leute ach das haus so schön und cool und sollte es nicht bequem sein sicher für eine toilette hinzusetzen aus heute ich habe kurz was vergessen ok besser ich bin mir sicher das wäre doch sehr toll duschen wir noch ein bisschen ok duschen ist vielleicht nicht so angenehm ich bin ja eher der mensch der lieber badet aber hey dann sollte ich aber vielleicht die toilette noch sauber machen nur für den fall wir wollen ja nicht dass das ding kaputt geht oder so alter diese beats da will ich mal sehen was ich an dem pc machen kann ja das doch perfekt für den pc spielen forschen forschen gibt uns glaube ich logik keine ahnung gehen wir erst mal pennen und chillen das ist glaube ich eine ganz gute idee dann kann sich unser komfort noch ein bisschen steigern das ist eine gute idee ja komfort genug geben wir was essen dann versuchen wir den schütze öffnen frühstück auch ja leute irgendwann habe ich auch seine will ja 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 ganz bestimmt mit kaum möbel drin jetzt schlägt das doch schnell an der k jetzt habe ich auch ein bisschen hunger egal das ist der letzte part den ich in der session aufnehmen werde warte kann ich dich könnte ich damit interagieren ja null bezahlen okay fahren wir los guys fahren wir los dass die frau schon wieder die oba was wollte ich denn jetzt ach ja richtig gucken ob ich den schritt auf krieger was bist du denn hey ist das ist nicht die urne ja ich glaube das ist die urne oder bei dir ist diese urne erscheint kein geist aber sicher bringt das den geist darin zum schmunzeln sehr cool okay war das hier nena nein das war nicht hier so irgendwie unten links eine dose kohl immer diese kanäle alter es hat mich an das haben aber bestimmt jemand gespielt aber das spiel war super aber gab es auch so ein level da muss man muss man durch die kanäle gehen und so nachher gut times richtig abgefuckte mucke hier hier ist aber nichts ich habe in den kanälen komme ich hier nicht weiter oder da gibt es hier noch ein weg irgendwie ist das alles sehr verwirrend wo bin ich wenn ich hier rauskomme oh hier okay ich glaube das sind die falschen kanäle kann das sein warte mal da ist eine maus die will ich dies was wert ne warte ich bin hier schon richtig oder yo amazing hey noch eine maus süß die essig okay mal sehen ob wir das nicht aufkriegen können komm schon boy you can do it just believe in your dreams brauche ich dafür überhaupt mir heilig ich würde das mal annehmen wobei ich weiß es nicht komm schon komm schon komm schon komm schon easy okay kommen wir uns hier um das ist ja geil entspannen wir uns erstmal ein bisschen ach ja leute okay da ist nur so eine statua ist ja sehr uninteressant ne maus süß hier ist nix hier ist noch ein sessel so ein geistig jetzt echt nicht alter ne fucking guillotine krasser boy vielleicht sollten wir hier einfach ein bisschen rumhängen ich meine geiste kommt bestimmt nachts oder ich habe unsere bedürfnisse ein dann aus okay er ist einfach von alleine aufgewacht na vielleicht sollten wir uns einfach hier noch ein bisschen mehr umgucken kann ich das jetzt veröffnen nee ich brauche noch logik oder nicht um den geist überhaupt verstehen zu können naja dann ist es wohl auch nicht wirklich sinnvoll hier rum zu geistern versteht ihr das haus aber auch keine toilette unbelievable naja legen wir uns einfach nur mal ein und gucken was abgeht wenn es nachts nachts ist also in real life würde ich hier ganz bestimmt nicht schlafen obwohl mich diese ganzen geisterhäuser und so was wirklich faszinieren auch in real life sind ich immer richtig cool naja meistens einfach nur irgendwelche baufligen bruchboden okay mal sehen vielleicht ist hier jetzt zeit für den geist boys und girls hallo geist 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 naja irgendwie nicht vielleicht ja in der ritterrüstung hier äh ja ist schon geil ne irgendwie nicht hängt hier aber auch nicht rum alter naja meine bedürfnisse halten das macht das glaube ich nicht mehr lange mit keine Ahnung aber wir können einfach noch ein bisschen länger schlafen und gucken ob der dann auftaucht immerhin ist die mucke cool geist immerhin ist die mucke cool komm schon mit der nacht irgendwas der muss doch irgendwo rumhängen jetzt geistilein ah da bist du hi hi ich esse plums was mein Name ist plums mein Name ist kraft gurgel ist viel netter willst du ihn ich brauche ihn nicht mehr ich habe eine Frage eine Frage exzellent was möchtest du wissen der sieht creepy aus aber der war auch ein der Obster glaube ich was weißt du äh weißt du das was was möchtest du wissen weißt du das überhaupt weißt du ob du das weißt wenn ich wenn nicht könnte ich dir zwei Themen vorschlagen du bist eigentlich ganz nett du fragst dich wohl was du hier verloren hast ich antworte was ich muss erst mal die Logik steigern und ich werde diese Urhalt nehmende mit Namen Sonderzeilen übersehen